Spaß mit Doof! Doof war erst einmal am Bett in den Stuhl gefahren, mit seiner Freitaub. Zuvor war der gewaltmässige größte Stuhl, wo wir den Körl dann nennen, der Mall. Da nennen sich Duwe ihn so, wenn er in den Städten der einzelnen Stuhlen alle fährt, dann fah wir bloß durch an, wo die alle sind. Today all. Duwe ihn dann sich Duwe, die Mall. Immerhands, sie gönn Duu vorbei, wo die Tante Säten in den Gluten-Abstraum. Mein Wänts Stuhl, wenn sie ne Frü, dann gönn Duwe, der Dördich Joa Gänge sag. Ich habe dort schwere Hüte-Seichen. Puff! Es hat Dördich Joa Allah. Nicht hofft, ich kriege doch, was ich will. Wann Dir diese Schießtys interessiert habt, dann döne ich für jeden zu subscriben und drag ab diesen nächsten kleinen Videon ab, um nach heilen Schießtys zu horchen. der Dördich Joa Gänge. Dann meinen Schießtys in den Gluten-Abstraum. Ich bin gespannt. Und jetzt müsste die Schießtys in den Gegenruf an einem Schießtysgerau, bis wir die Schießtysgeräte für sich zu einem Schießtysgeräte Vielen Dank.